Audio extern mit dem Smartphone aufnehmen Mit deinem Smartphone kannst du ohne weitere technische Ausrüstung qualitativ gute Tonaufnahmen produzieren. Dafür benötigst du lediglich eine entsprechende App wie die Apps Sprachmemos, Recorder oder Diktiergerät, die unter iOS und Android normalerweise vorinstalliert sind. Im App Store oder im Google Play Store lassen sich jedoch zahlreiche weitere kostenlose Alternativen herunterladen. Bevor du einen Ton aufnimmst, solltest du einige Dinge beachten und vorbereiten. Zunächst einmal klingen Audioaufnahmen mit dem Smartphone besser, wenn du sie unter einer Decke aufnimmst, da diese störende Geräusche und Heil vermindert. Das Smartphone sollte außerdem etwa 20 cm von deinem Mund entfernt sein. Achte darauf, dass das Mikrofon nicht direkt in die Richtung deines Gesichtes zeigt, da sonst unangenehme Atemgeräusche entstehen. Warte zu Beginn der Aufnahme etwa 3 Sekunden mit dem Sprechen und sprich etwas deutlicher und langsamer, als du dies im Alltag tun würdest. Falls du den Ton für ein Video aufnimmst, solltest du außerdem etwas größere Pausen zwischen den einzelnen Sätzen lassen, damit sich die Audiodatei leichter schneiden und mit dem Video synchronisieren lässt. Bist du mit deiner Aufnahme zufrieden, kannst du sie per Mail oder Cloud teilen und so auf deinem PC verfügbar machen. Bist du mit deiner Aufnahme zufrieden, kannst du sie per Mail oder Cloud teilen und so auf deinem PC verfügbar machen. Bist du mit deiner Aufnahme zufrieden, kannst du sie per Mail oder Cloud teilen und so auf deinem PC verfügbar machen. Bist du mit deiner Aufnahme zufrieden, kannst du sie per Mail oder Re